ja hallo mein lieben wir kochen wirklich dreimal am tag dreimal mein sweet, wir kochen drei mal auf jeden Tag ja und heute haben wir türkische Forelle äh big Forelle, also Lachsforelle von der metro und ich habe es vorbereitet sie hat den Fisch sauber gemacht und schneidet es in vier Teile und hier kommt Olivenöl rein, Knoblauch, Champignons und Tomatenscheiben da drauf kommt dann der Fisch yes, very good da drauf kommt dann der Fisch und wird dann hier bei 200 Grad ca. 20 bis 30 Minuten je nach Zustand muss man schauen gegrillt äh gebraten very good and my wife is a killer she likes this look und das wird dann hier rein gemacht vorgewürzt ist schon und aber man muss es richtig gekocht haben damit Tiere nicht so leiden Koffer gepackt zwei große Koffer pro pro Kind und pro sie auch und das wird was das wird was und wie gesagt wir sind verheiratet und bleiben verheiratet und sie hat ihr IK mit und sie behält ihr IK mit weil ich ab und zu mal nach Madagaskar gehe und mit ihr Urlaub mache und sie kommt hier ihr IK mit verlängern und macht Urlaub und wir genießen das Leben in zwei Ländern also dass nicht jemand falsch versteht wir trennen uns nicht ja ich bin kein single ja habe ich nicht nötig I'm not a single you single? in Madagaskar you single? no good because I have many knifes yes but I got the fish yes and and she killed she killed big spiders we are living in Castel Jungle here is Jungle here is Jungle here is Füchse you have seen a fox here 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 from Balkon we have Füchse gesehen verschiedenste Tiere Schlangen und eine riesen Spinne also nicht so die esse ich ja selber zum Mittag sondern größer als das war hier aber nicht so groß wie eine Tarantula oder sowas und die war hier immer hier hat sie sich dann immer versteckt und ich habe mir dann in die Hosen gemacht but my wife have killed her don't send the picture from me yes sie hat ein Foto gemacht von mir wie ich im Bett gelegen war hier und die Spinne war nämlich an der Wand die Spinne war hier ich war hier gelegen und habe Fernsehen geklotzt und die Spinne war da oben die blöde no 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 I don't make the movie sie hat mich aufgenommen wie ich gebittelt und gebittelt habe dass sie die weg macht ne normalerweise lassen wir spinnen am Leben weil sie die Stechmücken ja killen aber in dem Fall war es zu nicht so groß they have red meat yes it's looking like Lachs hmm they have red meat very nice hmm and here is the brain from them no the inside you don't like you don't eat this so und das machen wir jetzt da drauf und it's like Mumbar Mumbar very good I love you when you Turkish things know hmm Basmati Reis ist auch fertig very nice very nice I make off the rice it's hard ok absolutely yes I look so liebe Grüße von uns und lasst euch auch gut gehen und genießt auch euer Essen und kocht bitte selber immer was yes yes die Blumen haben wir von Benjamin und seiner Frau bekommen vielen Dank nochmal dafür bei dem Abschiedsessen vor äh gestern und auch vielen Dank vielen Dank auch für die anderen Geschenke hättet ihr aber nicht machen müssen ja ihr hättet gar nichts mitbringen müssen vielen Dank und schön dass ihr da wart liebe Grüße und nächste Woche gibt's ähm neue Immobilien Videos Tschüssi 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 Vielen Dank.